Hier Leute, selbe Stelle, äh, ja, Problem. Ich hab genauso wenig Leben wie vorher, ähm, vielleicht ein bisschen weniger sogar. Und damit muss ich jetzt, äh, irgendwie klarkommen. Boah. Also ich muss schnell Leben finden, sonst hab ich hier ein Problem. Und zwar ganz groß, weil sonst sterbe ich wieder und dann muss ich das ganz Level nochmal machen. Da hab ich nicht wirklich Bock drauf, du! Ähm, shit, hier war ich doch vorhin schon. Mist. I need some life. Okay, das muss jetzt einfach sein, weil ich Angst hatte, dass er mich angreift. Was er jetzt getan hätte, aber... Uh, uh, uh. Ja, man. Könnt ihr nicht irgendwie Leben droppen oder so? Ey, komm, wieso mach ich nicht die Sache umständlich? Kein Leben. So, stirb. Hier. Achso, das war... Ah, okay, ich verstehe. Da komm ich einfach nur so rüber. Aber hey, die Musik ist cool. Das kann man nicht abstreiten. Uh. Ah! Okay. Ah! Fuck! Ich wette, ich muss da oben... Komme ich da hinten noch irgendwie hin? Nein, natürlich nicht. Ja, dann muss ich wohl weiter. Oh! Okay, fünf noch. Okay, das war jetzt seltsam, dass er kein Gegner war, aber... Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen muss. Ich mache es einfach mal. Wow! Evil. Ähm. Komm, droppt doch irgendwer ein bisschen Leben! Nein, 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 nein! Hättet ihr wohl gerne. Ich sagte nein. Ich mache den ganzen Scheiß nicht nochmal. Du wachst es nicht. Du wachst es nicht. Hehehehe. Ja, ich bin Cheater, ich weiß nicht. In diesem Sinne. Hm. Runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Ey, komm, da unten muss doch irgendwo so ein Teil sein, sonst würde der Tank da nicht sein, oder? Mann! Alter! So! Du greifst mich nicht an, du greifst mich nicht an. Ähm. Da muss ich doch gar nicht hin. Die berichtete Frage ist, wo muss ich hin? Bitte leben. Ja, ist ein bisschen Leben. Okay, jetzt war mir die Sache auf jeden Fall wert. Und das Leben zieht ihr mir jetzt nicht wieder ab. Wach es nicht. Oh! Muss ich euch erst die Eier rausreißen? Was ich ja sowieso tue, also es macht keinen Unterschied. Okay, muss ich wohl hier lang? Ähm. What? Oh! Okay, was ist hier unten? Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ach, nee. Oh, fickt euch. Scheiße. Nicht alle... Oh, nein. Wie das Spiel mich lieb hat. Das ist sagenhaft. Coole Musik, Scheiß-Level. Okay, immer in einem Ausgleich. Okay. Mhm. Okay. Oh, wieso komme ich immer an der Stelle an? Oh, nein. Nicht schon wieder diese Sache, dass... Ja, genau das meinte ich. Hm. Gott, wie scheiße ist es, wenig Leben zu haben. Und ich kann nichts dagegen tun. Nein, 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 nein. Oh. Wieso kann man sich in diesem beschissenen Spiel auch nicht heilen? Ja, natürlich. Perfekt reingesprungen. Äh, 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 äh. Ich habe es vorhin schon geschafft, da so rüber zu springen. Also schaffe ich es auch wohl nochmal. Ja, geht doch. Kann sich denn nicht mindestens das Leben auch wieder regenerieren? Also ich meine das Leben, was man hier findet. Ach, fick dich doch! Oh, 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 oh. Stirb, 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 stirb. Du wolltest mich angreifen. Ich habe es gesehen. Oh, nein, 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 nein. Fick dich! Ich wäre nicht nur gestorben, ich wäre auch runterkatapultiert worden. Oh, Gott, verdammte Homo-Scheiße! Okay, von denen alle tot. Der da auch. Oh, Gott, ich brauche Leben. Ich sage euch, wenn jetzt gleich noch so ein Bossfight kommt, wie vorhin bei, äh, Kira. Oh, do, 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 do. Ähm. Oh, okay, gut, noch geschafft. Wir sind alle zum Tod, das ist gut. Nein! Obwohl, ist das gut oder schlecht? Ich tendiere zu schlecht. Ich habe Angst! Achso, jetzt hier wieder. Okay. Gott, wie scheiße ist, nur noch einen einzigen Lebenspunkt zu haben. Oh, Mann, Gott. Nein! Weg! Och, komm, ein bisschen Leben. Ist das zu viel verlangt? Ich brauche doch nur ein bisschen Leben. Oh, nein, 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 nein! Ah! Ah! Ich hasse dieses Spiel. In diesem Punkt. Ähm, okay. Ach, ich muss da unten leben, okay. Hm. Wow, wow, oh, 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 oh. Okay, zwei noch, zwei noch. Hab ich das Level gepackt. Ich hab Angst, was da drin ist, ich hab Angst, was da drin ist. Eine Mütze, okay. Komm, sei Leben drin. Ich hasse euch alle. Wieso ist es nicht möglich, dass irgendwo ein bisschen Leben ist? Gegner. Münze. Uh. Ach, scheiße, nein. So. Gott, wie man hier aufpassen muss mit nur einem Lebenspunkt. Nein, du tötest mich nicht in irgendeinem Sinne. Okay, er tot, er tot. Eins noch. Alles klar. Leben, motherfuckers. Halt, ich will erst wissen, was da ist. Okay, dann wird es noch weitergehen. Was wäre denn hier? Wie es aussieht, nichts Besonderes, oder? Nope, hier ist nicht wirklich was. Ich bin den ganzen Weg hier hingekommen. Hier ist doch gar nichts. Was hat denn das jetzt gebracht? Ach, Ficken. Okay. Leben, okay, es hat was gebracht. Ja, toll, jetzt bin ich das, jetzt habe ich das Leben aber nicht mehr so nötig gehabt. Okay. Das sind alles Weihnachtsgeschenke über die kleinen Kinder und ich zerstöre sie. Hahaha. Ähm. Tja, jetzt kriegen die Kinder keine Geschenke mehr. Fecht gehabt, würde ich mal sagen. Okay. Okay, muss ich wieder zurück hoch. Und dann zerstöre ich mal das letzte Ding hier. Oh, geht kaputt. Und. Komplett. Mission clear. Es geht doch. Rang C. Komm ich mit klar. Du hast es geschafft. Jawohl. Och, nicht schon wieder. Okay. Da geht er nach da. Da, da, da. Okay, ein weiter nach da. Er geht weiter nach unten. Er geht nach da. Er geht nach da. Da, da. Bis da ist ja alles okay. Ähm. Ja, und jetzt? Ja, wo war ich? Ähm. Was? Okay, jetzt weiß ich, was der beschissene Dino macht. Er macht, dass sie alle... Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Okay, ähm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ich hasse dich, Motherfucker. Ähm. Okay, wieso habe ich da nur das da? Okay, nach oben. Nach rechts. Nach da, 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 da. Passt. So, normalerweise müsste der Weg gehen. Nein, nein. Ach so, ich kriege ja auch noch Zeitverlust, also. Ja, natürlich. Ich meine, mit mir kann man es ja machen. Komm, da darf jetzt nichts weiter sein. Der, der packt das, der packt das, der packt das. Komm. Okay, er hat es gepackt. Sehr gut. Demetro-Sort getehmt, äh, getehmt, ja. Wir haben einen neuen, äh, Dingens. Och, jetzt ist sie schon wieder dran. Das heißt, das Level dürfte wieder ziemlich einfach sein. Oh yeah, mit der coolen Stadtmusik. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Part, Power Rangers. Denn da werden wir die coolen Stadtmusik weiter genießen. Haut rein, ciao.